es gibt ja neue todes todzonen einstellungen der wasser zum beispiel du willst nicht dass ein stick so richtig hektisch ist dann kannst du einstellen dass er es ab einer bestimmten kipp grad zahl irgendwie keine ahnung was reagiert das halt für das aim und so dann gibt es leute machen das auf 0,66 warum ich hab das noch nie gesehen like x2 moin digger ehrenmänner na du alles fit bei euch ja ich hab das noch nie gemacht aber ist nicht um tim schreibt moin jo du nur kommen als maul du kleiner fetter kleiner beach geox der ja wohin noch was mit wailingwurz da hat jemand hingeschissen ah ja wäre ich durchfragen man geht so langsam runter gehen wir wieder mein main tower ja ja das ist mein power nicht ein spaß ich reagiere immer nach den runden auf die kommentar wie es reaktion ungespart junge unge ich hasse den jungen ich höre wir haben eine stand mit so einem anderen geld nur beim wiesen gibst du schneemänner ja was darf ich habe es mein paar muni aber keine waffe über mir sein das ist noch eine stelle waffe ich werde mit schneemann auf ich habe sie getroffen da ist noch eine einbruch stecker ehrenmann ich habe einen modus ich schwöre auf gott ich habe diesen modus der gibt mir einen headshot ich hasse diesen modus weil man direkt tot ist das fakt so haptiger find ich an die oder deutsch ah ja ist da hoffentlich diesmal ich finde wach oder so hoffentlich diesmal ich finden waffen gut deutsch my friend gut deutsch ich muss mal eine geile skin kombi finden irgendwo eine geile skin kombi digga ich habe keine ich mache den hier ich versuche mal obwohl das scheiße aus egal ich habe mich nicht eine runde ich habe den auch ich habe den auch ich habe mich unnötig gekauft nutze die aber jetzt benutze ich die weil die zu den pips gehen bis hier ein pass ich kann hier dings gleich noch den nehmen die hier dings keine ahnung wie die vergessen wie die heißt die hacke ich bin so müde brühe ich schwöre beim arzt war das so behindert da warten leute seit 9 uhr auf eine sprechstunde sind um 11 uhr dran gekommen wir waren um 10 uhr da wurden um 13 uhr drangenommen dr dr um 13 uhr erst was man durchfangen spaz tils wird wieder oder wo oder sojur bei mitte oder durchfall oder wie geht nicht durch fall ich mag den modus nicht richtig ich fühle den schläger ich mag den modus wenn es nur war es wäre alles korrekt aber man stirbt halt direkt und man hat halt nur 50 hp das fakt ist halt so abfaktiger es damian ich höre französisch einfachste arbeit der welt ich wäre mit nach vier oder breit zufrieden ich habe sie auch von der prozent einstiger bei diesen paar leute jungen hier bleibe in my friend ich will doch nur eine waffe ja die gar jump pad das war für ein kleiner wohnsohn schau ich habe die sniper hast du nur eine waffe für mich? oh man hat es gut, wie man schießt schieb mal ein bisschen ah hier kleiner heiwen erfahrung für sexy digga darf ich das ja gewähr haben wir an dem jagd gewährt pass auf da kommt noch jemand schon mal kurz durch ihn setzt weil ich sitze marie schief alter im fluss auf plästigen wo wir waren muss russer bostig europa ferrari hier irre entwendet digga das war horbs genommen von deutscher schiebde hier wo naja jetzt wie sich die mal ich habe gerade angst zu sterben wird nicht bin tot gleich als erstes ich höre auf gott ja der typ bewegt sich nicht ich sehe das nicht das 1 habe ich komme runter bruder erzählt hier hat schiller mal laut ja wie war das kann das man kann gar nicht hätten der machst du es kann ja ok macht was ich muss erst mal mach lasst du den der siehnten hier bei mir durchfall jahr da ungefähr oder hier unten bei der dings karpri sonne hier unten hallo motherfucker der sieht uns jetzt wieder hat kein bock auf uns er ist jetzt runter die gar nicht durchschneiden ha mother fucker go we go zu scheiße ich hab ich auch ich brauchte nicht was schuldig weg lasst du diese scheiß haufen dieser gemacht wurde zu durchfall hallo ach so ich glaube wegen herbst und so bisschen dunkler sein herbst 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 ja man muss muss alle gut aussehen wie trocken oder so kennen was ist das hier digga aber gute idee denn herbst ist man die so die büsche oder die bohine brauner 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 ja wo sind die? tschüss lass mal's ohne. komm mal ja komm mal kurz ne einstellung ich baue hier kurz was ich hoffe das geht noch ob oder habe ich das lange nicht mehr gemacht ach stimmt man kann ja einfach normal darauf hüpfen das wasser mal wieder komplett bei direkter vor dir bruder muss los ich aber fix zu dir krankheit bianca tschuss ich aber verreckt an deiner scheiße oder ich hab die map geeinigt da sind arschritzen im boden ach schützen ehren deshalb durchfall oder snowboard keine ahnung was für snowboard wo sind die alle? du bist vorher abgehauen von denen nicht was? ach so bestimmt scheiße mit gravitation zu bauen hey guck mal ich höre gravitation ist so ein scheiß alter ich schwöre ja knusautismus ok ok let's go bruder sie liegt prinzesa ich versteh kein einziges wort aja tingen wir sagt das rica 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 ich bin sogar ich bin will jetzt genau das kommt sogar weil man sagt ja jemand diesen skit der sole leute ist wiss ich bock habe auf chips hype auf s8 irgendwie nicht vor ein bisschen langweilig geworden aber sonst alles korrekt aber ich glaube dass die nacht wird geil weil die haben jetzt bilder schon reingemacht morgen oder so keine ahnung übermorgen oder morgen alter so ein geiles wetter was muss ich machen ich muss kindergartenlaufnahme nacken ich muss da so eine scheiße abgeben damit ich ja machen kann waffen kommen oh man das ist ein Bock auf jeden Fall kann heute vielleicht Hongkong da haben wir auch wohin nun hier äh oh Lazy oh man hat dein Cousin macht praktisch die Kur so der ist Kindergarten der kommt nicht neunzig Nachrichten dann hundert ahja Ehre kann man das ausstellen dass man ähm hier dings also das dann äh dass man das dann sieht wenn man ins ps menü geht ja wie kann man kann das auch einstellen ich glaub das geht nur äh kein name irgendwie glaub ich geht das auf Twitch oder so auf Twitch ja kann ich auch streamen ja ich hab keine ahnung oh hier do i win allah fack doch nicht ab damit ich hab auch in die slachter geht wo ist ja hier hier bei mir hättest du mir denn abgestorbene ich hätte dein Leben vergewaltt ich hab auch in die slachter ich hab auch in die slachter aber da hast du ein Leben bekommen äh f*** dich mein Freund hast du kleine Mullen für mich ich hab ich gimme ein bisschen danke inschallah danke hier hier Damian oh ich hab zwei Minis sein ein spaß vor dem der hat sich eine Falle ingebaut ich mach jetzt ein ich hab Parcours verleert hier ist die fange da an der seite mach keinen scheiß ich bin gestorben bläh 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 bin ich drin oh ich bin ausgerutscht sorry ich habe keine armen ich habe sogar lagerfeuer gehabt guck 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 ja wohin digga das was da mal wieder komplett hier kommt hier rechts andere seite galaxy bläh hat meiner zweifel junger alter hat mich nur einer einer richtigen one shot einer down beide kleine vorziehen ihr arschloch er sind kleine figures aber das war ja ich sag auch das war das geht auf einmal auswahl ich habe noch lagerfeuer wo ist der luft von dem anderen hä frasche mein freund hier ich habe doch kein lagerfeuer ich habe nur drei waffen ich habe alles full hier 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 weh um wir hier 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 ich weiß ich hier ist slipper aber warte ich öffne truhe dann vielleicht kommt da ja mini ehre kommst du full jana trinkt doch noch er ein noch ein mini und dann kommst du sollt ihr nur doja wollen nur ein bisschen durchzocken wir machen gleich sollen gleich team bisschen auch ja okay jana so können später team zocken und junge hat doch mal aufzuschreiben reicht doch langsam das macht die ganze zeit okay aber so lang guckst du natürlich mein stream weiter und teils den an alle leute die du kennst da ja genau teilen teilen wenn ihr mich noch nicht abonniert habe dann macht das bitte sonst bin ich traurig neue besuch verschiedene wasserfälle ja hier kannst du drei wasserfälle besuchen oder 1 ich gehe ja nie mit legten weiter t t t t als ob du keine pampers gesagt habe ich finde eine und eine goldene diegel ohne komm mal rein hörst du das so nein nein komm rein bitte komm jetzt kommt jetzt kommt jetzt und verpiss dich ich habe leute wir sehen sie sind zum teil über die halbe map geflogen da vorne rechts ich habe so scheiß musik alter aber ich habe keinen bock zu ändern der oberer der landet gerade das sind voll viele bruder ich dachte jetzt mal ein bisschen frei oder ich komme lasst sie lasst sie ein bisschen feiten aber bleibt nicht stehen damit du kein sniper kommen jetzt gehen wir drauf 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 er kommt noch ein team lang muss mich ficken eine warte also weiß ich krieg von hinten richtig krass ein bot junge der ist so low nur der 20 hp guck mal der wichser also die campen unten schwöre noobs können nicht bauen zusammen kann der war ein steller los aber jetzt was die haupt scheiß weihnachtsgibben war das was das heißt ich werde mich ich 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 es ich 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 habe keine Pumpen mehr. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Oh, Dumphead. Ey, nerdiger. Warum? Ich höre, Fallen sind so scheiße geworden. Fallen sind so scheiße geworden. Ich höre, man kann nichts mehr mit dem machen. Ich höre jetzt den gekillt, Alter. Kleiner Ficker, Alter. Ah, Fettsack. Frisst er beim Auto. Hier ist so Dinger, hier spielt Dinger, Fußball und so. Auf jeden Fall, guckt euch das mal an. Ich muss einfach die ganzen Treppen hier hoch... Ich bin so am Arsch, ne? Ich bin so am Arsch, ne? Ich bin so am Arsch, ne? Guck mal. So viele Treppen. Ich bin so... Okay. Äh... 21... Einbinden. Ein schnell anderen Skin. Äh... Ein Antrag. Ja, von der fehlt, da muss einer den Ersetzen an. Ja, moin. Adrian Cook Stream. Oh, Bruder. Egal, bestätigen, plus ein Follower. Und gehen wir. Wir gehen. Paradies, oder wo? Paradies. Paradies. Para. Para, para. Ist das Loch in Dana? Ich habe genug Funde, ja, seit diese Boni und Kleid und diese Million, Million Dollar. Kann auch anders sein. Machen wir nicht auf Dealer. Geil. Ich höre, manche Rapper übertreiben, oder so, ich höre. Ich übertreibe, mein Schwer. Der Moment, wenn ich heute einen Erstklässler im Bus gesehen habe, der ein Gucci-Hoodie trägt. Sure? Ja, ist ja gut und zwar bei der ersten Klasse wusste ich mal was Gucci ist. Land, ich wusste noch nicht mal in der ersten Klasse, was Gucci gibt. Und was ist jetzt immer eigentlich, also wenn du nach Hause kommst? Wenn ich zu Hause komme, dann muss ich Mathe wiederholen und ganz so. Ja, Moin. Ja, aber das ging nicht, allerdings, aber was isst du? Essen, ah, ja, die Mutter habe ich gar nicht gegessen. Aber sonst noch mal. Was darfst du denn essen? Was darfst du denn essen? Noch mal Fleisch, Kartoffeln, Salat, Brot. Ja, aber was ist, wenn der Salat mit Sonner-Soße ist, die du nicht essen darfst? Nee, meine Mutter macht ja selbst den Salat. Aber meine Mutter, wenn du bei uns bist oder so, dann müssen wir wissen, was du essen darfst. Aber ist egal, wir gehen einfach meckern, das haben wir unser Essen schon. Ja. Normal. Spiel mal aus dem Tresor, da ist Drumgran drin. Als ob. Als ob. Aus dem Tresor, neuer Modus. Ja, Moin. Ist das nicht das mit diesem... Trommelgewehr. War das nicht der Modus, wo man irgendwas klauen muss oder so? Ja. Ach stimmt. Wie sie sind rein kommen. Ja, aber wo es noch da mehr... Nö, da habe ich eine Woche nicht gespielt. Aber Drumgan ist es wirklich Legende. Ich höre, ich habe die so gesuchtet, die Waffe. Weißt du, was Legende ist? Ich. Diese ganz alte MP-Digger. Äh, hier, SMG. Nicht die hier. Nein, nicht die. Die davor lag. Hervor gab es keiner. Ach so, die. Ach du meinst die, äh, Dings. Ja, genau. Die niemand gespielt hat. Die auch irgendwie als erster Waffe, glaube ich, sogar gepatcht wurde. Ey, das SMG gönn dir. Soll ich Rift mitnehmen? Ja. Ja, moin Gott. Scheiße, das ist ein scheiß M1-Gewehr. Infanterie-Gewehr, meinst du? Ich mag P90 nicht, ich feier die andere lieber. Ja. Ist so, die, die MP ist so, 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 nice, so. Die MP, äh, die so, UMP, weißt du, wie es ist? Ehe. Ist so doppelminiganz. Doppelminiganz, brrrrrr, brrrr, hier, Miniganz. Kapital, brr, brr, brr. Na jetzt, ich will ne Pappkarn haben. Um Pum 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 Kapital UMP Lass zu den rifts gehen Johan Doppel Rift, mein Schwarz Doppel Rift Genau Das hat niemand gesehen Das hat niemand gesehen Was denn? Ich habe Free Sexy gemacht Bin dran vorbei gesprungen Schon wieder Habe ich gesehen gerade Ja Ehre Johannes, wenn du das klippst Dann muss ich aber groß Alami Füße alter warum so viele Risse alter bleibt Weißt du sie ganz nett zusammen Alarme Was willst du von mir? Ich bauchst Mut oder so? Nee Junge, ich will keine Ficken Habe ich keinen Shotgun mehr Habe ich keinen Shotgun mehr Habe ich keinen Shotgun mehr Da kommt Flying Zeug Baut Ich muss man Was ist das alter Ich will doch nicht Ariana Grande hören Ich will nicht laufen während ich ziele Ja Hier sind noch mal mini Komplett aus Och man Blaue Eier unten Ich bin schon noch kein Schild Ich mach kurz Ja gönn dir Minis Wann wollt ihr team? Keine Ahnung Eine Stunde oder so Weiß nicht Lass mal Retail gucken Ein Pump für mich oder so Komm Wusstet ihr das schon? Warte Wenn wir kein Pump Ich kann keine Musik hören Weil ich streamer Über PS Bei O New Drop Bei O Bruder Ich hab Blöds Ja Ich muss erstmal eine Pump finden Ich muss erstmal eine Pump finden Ich Ich sehe bei O Leute Hier kommen welche Direkt bei uns Ey Pampi Direkt Ehre Ja die bauen sich grad Palast So Ich hab, äh Ich hab, äh Ich hab mit Hier unten liegt blausjagd Die sind Noob dega Die sind richtige Noobs Die haben mich hä häcker digger auf gott hacker bei damian ich brauche hilfe dringend dringend am jan richtig dringend ich bin direkt hinter dem digger die haben ein lagerfeuer kaputt gemacht die huren sind um leben ja unser fall dann habe ich auch ich habe finden hey junger alter fack doch nicht ab kann uns bitte ein bisschen leiser sein so ein tag zu trinken die ganze welt junge ich hasse retail und schreit bei mir beide und kommt schnell hier unten bei mir beide andere ja digger wieder auf finnisch geht die missgeburt mein beileid ich will so kann nehmen auch immer hat das gar in hand nicht so ein missgeburtenspiel digger ich schwöre ab zwar des jahrhunderts warte ich komme gleich wieder ich muss kurz was holen gehen ich drück schon mal breit bis zum nächsten mal Oh einmal was zu fressen geholt gibt kommt auch nicht ob ich gehe direkt weg mit 40 auf den kuhlern zu klappern kuhlern entspannt wo früher da wird kommt controller muss aufladen er sind partners die einzigste stadt die sich nicht verändert hat außerhalb nach dem sportplatz alter oder fußballplatz war doch doch schon immer oder oder sollte keine ahnung ja aber da kann ja immer immer für futbol oder keine ahnung und sollte war die tankstelle nicht da noch nicht das fettel sollte war früher die tankstelle da noch nicht mit der truhe und damals bei die hell mit mit spaß hamlet happy hara hps long chicken und schicken schmecker lecker lie logfisch logfisch digger was laberst du ja bruder wie lange ich nicht mehr ins hälte war bitteschön kann man auch looten hab halt keine Waffen genau nicht mehr so im scheiß Feld ah doch ihr Tor das ist schon laut am liebsten halt was was da gibt ich hab Medikip kommen hier in dem Bus der da hinten auf dem kleinen Dach und rechts ah ah 14er Headshot und jetzt schon alle Däger so fast der ist one shop ich auch ja ja diese scheiß abkommt gar nicht natürlich hat er schon eine pump als ein fucking fatal du Hure natürlich hat er 10.000 komm dankeschön ich hatte ich hatte ich hatte hängegleiter das war wieder komplett der Revolver hält doch da was der war mit dieser Double Piss ne ich 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 habe mich über die hier genau Null. Ich weiß nicht. Bist du bist geraden? wohnen erzählte also aus der heutigen dann haben wir uns haben jetzt gepostet wir haben es an ist gepostet wir haben es also wir haben es Mulderin das Wasser mit der Komplett im schlimmsten Gebäude der Welt und immer nur empfiehlt aber jannis Ehrenmann auf kussen ist ja wahrscheinlich findet deine pump gun weißt du Keine Wuche. 20 Bombs sogar. Tuchst du? Ohne Pappen? Mhm. Fast. Ich auch. Noch 19 geht's dann. Tuchst du? Tuchst du? Sag mal, welches ich das genüßt nehmen soll. Tuchst du? Tuchst du? Tuchst du? Ja. Ja. Say it to me. Keine Ahnung. Hm. Hallo. Keine Ahnung. Hab ich. Ach so. Ich bin grad umspimt gewesen. Ja man. Schau kurz. Mit diesem scheiß Creator Teil. Ja auf jeden Fall ich bin in den Shop gegangen. Da stand dann, bis zum 22. Februar kannst du hier ne Lackierung holen. Digga wir haben den 26. Ich weiß. Warum wird mir das angezeigt? Bruder, ich hab so Hunger. Alta. Das ist doch schon an. Ich hab so Hunger. in so kleine stücke masch tipps raum sorry chat ich habe wahrscheinlich noch so richtig alte livestreams wo man meine stimme ich habe auch noch welcher ha mein skatt scheiß war gegen fischelidisch ich bin eingegangen links bar und müsste ich fahren das sind ja geknüpft weil er mit rotkäppchen umhauen kann uns sein wie direkt zwei pams aber eines blau und die bilden kann nicht machen und welcher hast du für mich digga warum sitzt immer so wie so ein kopf über ich glaube hier vorne ja da drin hier kommt noch einer von hinten das ist so ein schwanzlutscher spiel digga damian komm her baum ich ein komm her komm her komm her komm her komm her komm her scheiß auf den komm her danke dass es lag hilf mir von oben oben hilf mir hilf mir hilf mir hilf mir hilf mir er kommt von oben. der kriegt trotzdem einen 70er weiter vor allem ein 70er grappli warum nicht 100 oder 200 oder 400 oder hast du es leid haben er kommt einer und oben oder unten unten das war leise junge was ja gewährt hier vorne noskop er ist das ganz gerne klippen decke wenn du eras klippen sie das hast du klein kleinem ein bisschen ehre hier oben unten hier unten ganz unten hier unten hier unten hier unten hier Damianowitsch wie geht's ihnen momentan lecker aber ich hab so nach du kannst du jetzt nicht einfach EDK gehen dir ein paar Chips sollen äh doch Chips gehen aber ich hab keinen Bock ich hab keinen Bock ich hab keinen Bock was sollen wir machen wo das zone hier auf berg auf berg bei mir rechts oh tschüss ja scheiße ich kann jetzt nicht zu dir da versuchst du mir zu leider kommt von rechts irgendwo wo ich sehe wo Junge wie knapp war das ist ein Royal Bomber wo aber die zone kommt ich hoffe es ich sehe den nicht bei mir ist ein Royal Bomber bei mir ist ein Royal Bomber der teilgang des todes der schwitzer des todes ich habe nicht verbaut ich komme das todes ja das hat landung vermasselt was ein opferdecker und hier ist noch ich kann es körper hey la sonne war hier irgendwo skalier oder so ich habe nur noch ein paar aber nicht nur mehr nur um die aus dem bieter zu tun um ne ich hab zwei lagerfeuer jannes ist noch im stream ehrenmann an dieser stelle man hat mir im hals ihr ding stimmen bruch war scheiße immer schleim besser als davor schleim im hals ich habe das gerade die ganze zeit ich höre das faktor ab ich habe deswegen allergie du wirst schlucken ist so ein fettes teil im hals da hinten wir gehen jetzt zone los die abfall los die abfall ich sehe die glaube ich also kurz ja ich sehe die bei Richtung John 10 ich sehe einen laufen also einer hat kein schild mehr pass auf der andere sniper die kommen die wollen sich heilen doch nicht aufhalten einer draußen die auf den anderen einer hat einen palz einer runtergefallen du kleiner abstauber es war kein team das war kein team das war kein team hat der andere hier vorne der läuft da der ist rechts gelaufen ah ja komm ich denke wo ist der hinten Keine Ahnung. Hier Landzone wahrscheinlich. Oder hier drin. Nein. Da, ich sehe den. Wo? Hinter uns schießen auch noch welche. Seilbahn. Komm mit Seilrutsche. Warte. Hinter uns, da möchte ich ein. Der Hund. Der Hund. Henten One-Shot. Ja, Junge. Ich krieg einfach so ein... Digga! Ey, dieses Spiel ist so unfair. Wall auf Gott, Digga! Ich schwöre auf Gott, Alter! Ich werde jetzt abgestopft von irgendwo. Guck mal, ich baue, Digga! Ich baue! Und Hund hat Topping, Digga! Was soll ich machen? Das ist ja verfickte Kämpfer, Wallach! Trau dich! Mach du! Oh, oh! Oh, ich nehme alles zurück! Oh, oh! Oh, oh! Oh, ich nehme alles zurück! Mit Mini-Gang, wer? Ja, Digga! Mit Mini-Gang! Guck mal! Besuchern suchen. Wähler mit Rotkäppchen. Ich bin im... Ja, ich bin im... 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 Ich hab' den ersten Blau. Ich muss's ein bisschen spielen und die Sache verbreitreißen. Nein, ich hab' mir gestern Stufen gebaut. Ich schlag mal Janus in die Party ein, ne? Moin! Moin! Ja, mit diesem Skin alter! Gefahr! Das war's für heute. erst mal gleich auf dem trittor da ist auch lmg er war es ist ja schon raus oder kommt der gleiche stimmten sollten wir gewählte reintuner generell einfach zurück das wäre die alte waffe drüber also ganz geil Die blaue Portole. Also der Trickshot eben und Jacke wäre aber schon schmeckerleckerli. Ja. Hm. Das lang bei Kiosk oder eine Pampus. Ja, die bei einem anderes Land schon war. Muss los, du kleiner Hure. Du kleiner Hure. Ah, ja, Damian. Aber ganz, wenn ich mir so mehr. Na, sei ich aber Hure. Du kleine Hure. Ja, 73er Headshot mit einer Technik. Oh Gott, diese Waffe muss einfach entfernt werden. Die ist so dreckig ekelhaft, diese Technik. C2 vor mir. Hä? 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 Ja, moin. Ja, moin. Ja, ich hab's gesehen. Der schießt durch die Wand einfach. Wie ohne? Dieser verfickte Hacker. Wie hieß der? Ja. Ja. Ich kann jetzt nachgucken. Warum? Wie? Ja. Ja. So auch eben los, ne? Ah! Oh, mein. Oh, mein. Oh, mein. Oh, mein. Das ist doch so ein behindertes Spiel. 28er Schaden. Ey, die graue Taktiker, die soll raus. Ja. Denominiert. schreibe ich dann hatten werde ich gekillt obwohl er hat mich nicht ja du musst eigentlich nein ja ich kann nicht mehr bei den lieber was ein mensch ist einfach durch die wand ich bin das es 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 Warnschmerzen, der hat gehecht. Ich komme nicht. Wohlen mit dem? Warte. 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 Ja moin, das war's da nicht. Ich komm wieder rein. Ich kann Damm ja nicht kicken. Komm nochmal bei mir rein. Ja. Ja. Mach mal auf den Trüppern. Ich geh abends. Ja. Oh man. Oh der Rock für die. Oh. 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 Vielen Dank.